Pörner Karlsruhe, Daniel Stasecki, Andreas Trienbacher, wir sind die geile Sache und auf dem Turmberg oben machen wir ein 30-minütiges Feuer und dann geht's ab. Da es so gut angenommen wird, haben wir uns beide Gedanken gemacht und jetzt kommt unsere Idee. Aber wie so oft wussten wir nicht an wen wir uns wenden sollten. Dann kam Anthony ins Spiel. Ich habe gehört Anthony hat schon die eine oder andere süße Sau zu einem Bodyworkout betreut. Ein riesen, riesen Ding. Dann wird die Musche gebügelt und aufgepimpt. Wir haben auch noch eine richtig geile Sache. Spannende Sache oder? Sehr, sehr, sehr spannende Sache. Funktioniert. Das war die Idee. Windisch